Willkommen zur nächsten Folge Estrinier. Wir waren in der letzten Folge gerade noch den Tod und den Rennen. Haben gerade noch die Sauerstoffleute in der Wicht. Und waren noch der Suche nach weiterem Harz. Mal tun, was es hier so nimmt. Aha, die sind raus aus der Höhle. Freiheit und ab wieder rein. Wo sind die denn? Wir sehen nur noch unsere Basisverlierer. Woanders halber? Wir sind dort schon zu weit oder zu laufen. Ne, da hinten. Da, da ist die Basisverlierer. Aber, wieder in die Rülle. Okay, das ist dann eher eine... Dann ist nichts. Nehmen wir den Gank wieder mit. Lassen müssen wir hier oben unsere Seidentunneln. Okay, Hydrazin haben wir hier nochmal. Da haben wir nochmal ein bisschen Dynamit. Ein paar dieser Sprutis. Was? Äh, hä. Äh. Äh. Nicht zu heilig hier. Staudi. Oder wie auch immer. Wie eigentlich noch mal heißt. Was ist das? Was ist das? In dieser, schreiten die Zeit. Dann sind die Schrift an. So. In dieser Richtung zurück. Außer die Tod. Wie ist das? Ja, außer die Tod. Die Sachen reden ja schnell wieder. So Stein, fangen wir mal hoch zu fliegen hier, so, dürfen wir, so, wie er normal weiterlauft. Ach, schwieriger, ja, ganz wahnsinnig. Ach, mir in der Nase will ich halt den Leuten nerven oder sowas. Naja, nicht da rein. Ach, da haben wir auch noch ein bisschen Poole wohl. So. Und da hinten liegen wir schon. Also. Sehr weit. Nicht fährt. Mehr von uns selbst, so. So. Da haben wir dann nochmal ne Vorschungsteil. Hier ist soweit nach dem Hotel noch nix. Da haben wir ein bisschen Tupfe. Da haben wir noch mehr für euch. Nochmal Kohle. Da ist der Anula. So. Der weg ist. Gott. Und. Ja. So. 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 Und bauen wir weiter aus. Ah ne, ich fahr schon mit. So. Mal gucken, dass in diesem Spannabstand ein neues an sich geführt wurde. Und wir ein neuer Inhalt. Mann! Das muss ich jetzt mal neuer Inhalt aus. Try it again. Nein. Das nervt. So. Wie reicht's damit? So. Natürlich ist ja noch Nacht unscheinend. Oh, da ist gerade Wind. Oh, das ist hell. Ich vermute nicht hell. Dann soll ich sehen. Wenn hier mal, wenn wir die Teile nur rauskommen. Am besten nach unten. Ja, klar schließlich. Dann haben wir noch mehr von den Teilen. Oh, da ist er noch mal nicht verletzt. Ja. Die Runde war nicht verletzt in der Höhle. So. So. Ah, da ist ein Haus draußen. Sind fester. Gut. Ah ne, ist Hersteller Wind. Akkoll Hersteller Wind. Okay. In der Sonne gibt es noch keine. So. So. Ah ne. So. Warte, ob das geht jetzt. Ein, warte mich. So. Ich werde schon mal damit runterhalten. Er hat wohl das neue Platzhalter. Ach, äh. Jaja. Ist nicht. Zeig. Jetzt nicht mal mit. Ach, die Nosele. Ich bin jetzt spätig. So. So. So, da wo läuft uns Teil und Minim da runter. Zack, haben wir schon die Fahrzeugbucht. Dann fehlen nur noch die zwei Schmerzen und die zwei anderen Sachen müssen noch kniden. So, schließt immer das Loch. Oh ne, nicht mehr. Okay. Allee, Trostfleisch. Dann schnallen wir uns gleich mit unseren Minim, was wir noch haben. Bauen wir den Rover dafür. Hm, das wird schlimm. Äh, wo ist denn der? Hallo. Ach, hört ziemlich gut. Und mal hier rein. Ach, da ist er. So. Die Liste speichert. Hauptsache, es können alle stehen. Nein. Äh, natürlich ist hier aber noch Sonde. Und es ist nur ein Sturm und das Wind trat. End wieder. Come on. He. Ah, ne. Jetzt läuft's auch. Ich werde euch nicht erlauben hier im Sturm. He. Na, das haben wir ja die Paketli-Kunnen. Ja, was für die. Ja, da kommt schon wieder viel Steinelfloch. Ja, da kommt schon wieder viel Steinelfloch. So, ich habe es ja wieder verzogen. Ich hole mal das für mich. Ähm, was wie eine Riesenteile ist das im Mittel. Die ganze Riesenteile ist das im Mittel. Das ist sowas. Ja, jetzt liegt die Fassierdexperl auseinander schon. So, hier gehts Basis. Der ist schon voll. Ich brauche nur noch den Einsatzer, dass wir da weit fahren können. Und dann können wir abheben. Und die Position landen. Und die Basis ausbauen. Und das kleine Sondagelweg. Brauchen halt. Machen halt gleich mal das Verzeih, dass wir da weit fahren halt hier haben. Wo wir haben ja schnell gemischt kriegen. Das wissen wir ja wohl vermutlich. Wir sind ja schon ein paar vollen Bahnen da erst. Noch ein paar vollen Bahnen da erst. Noch ein paar vollen Bahnen da erst. Noch ein vollen Bahnen ist das jetzt noch nicht hier eh. Komm an. So. War egal aber. Dann mal hier ran. Da fliegt ja wieder das erste Gemisch. Und Rucksatz voll. So. Dann gehts wieder raus. Aus der Höhle. Ja. Unser wird da sehvoll also. Nehmen wir auch gleich einfach hier eine Forscher mit. Und nicht verletzen. Mist. Einmal bisher geklappt. Was? Die Tintelläutung oder diesmal ran? Ja. Da oben drauf. Aha. Okay. Das egal. Los den Nerven mal rumliegen. Nehmen wir mal das hier. Das ist gar nicht klippert. Aber das ist bewegt. So. Nehmen wir mal den Nerven auf den wir hatten. Da haben wir jetzt hier drinnen. So. Nehmen wir den Fassel da rein. Lassen wir den Gänchen nochmal neu an. Oder umbauen dafür. So. So. Ah. Auch wenn der Einsatz so so aussieht. Der dreht sich ja gleich wieder. Ah. Da kann ich das doch schon machen. Aber ich hab das doch nicht gemacht. Komm schon. Machen wir uns hier als Festen. Und als Festen kommt heute. Vielleicht sind wir manchmal mit einem Fertzer unterwegs. Also. 2 vorne nicht. So. So. So, schnell auf einmal hier mit die Basis. So, dann haben wir hier unseren festen Homepoint-Montieren. Habe jetzt nicht wieder Basis in sich verbunden. Aber ist hier auch egal. So. Und die Basis, steht der wohl. Anscheinend selbst den Sorgstoff. So, dann fahre ich hier mal mit von den Rollen. Großen, Ober, da mit dem Rick. Und hebe damit jetzt nochmal ab. Und weg hier. Basis hat nur Sorgstoff, also. Dann haben wir das Fleisch. Wir fliegen jetzt in eine Runde, will das Haus nicht mehr erwischen. Nein. Na, sehen alle Paläten an hier am Dimon aus. Na, richtig aus hier. Sehen nur einen. Na, der Zottisch hat nicht so viele in der Nähe. Ja, dann mal gucken. Was ist denn da? Na, vielleicht der Point. Ähm, der? Wo ist der hier? Probieren wir den hier. Hoffentlich war es der, sonst müsste man tanken. Also jetzt liegt es hier. Mit den Hinflut dafür. Ah, okay. Das letzte. Vielleicht ziehen wir da drinnen nochmal. Und ist der richtige Point. Gut. Dann mal wieder aufsteigen. So. Dann können wir auch in diese Richtung weiter hinten ausbauen. Bauen hier weiter aus. Dann schließen wir die Basis. Dann schließen wir die Basis. Na, wir haben nochmal den Niedend. Um einen Salamodul zu basteln. Was wir dann bei Autofahrzeuge in der Position nennen. So. Kein LD. Halt Nacht. Na, dann ab. Die Höhle. Ohne mal. Das heisst das Gemisch, was wir da unten noch haben. Wir brauchen... Wir machen ja bald mehr Lager auf die Teile. Das wird uns ja noch rausfressen. So dass die Harz, was wir da hinten haben. Davon nehmen wir auch noch aus mit. Erst wollen wir das Gemisch und dann hole das Harz. An sich haben wir schon zwei gebaut von meinen. Also... Sieben Stück können wir noch benötigen. Weil sie nur noch die Anzahl zu uns da ist. Sonst könnten wir mal zwei von denen mitnehmen. Zwei durch. Ne. Es wäre drei. Einmal da. So. Ne. Drei mal nicht. Weil wir unten ja auf den Grabsutsatz dazu noch einmal haben. Wir wollen nicht nach oben. Wir wollen nach unten. Aber... Wie es... Weiter geht... Erfährt ihr. In der nächsten Folge. Bis dann hier. Na dann. Tschüssi.